hallo gartenfreunde ich will euch was zeigen ich habe da oben ein solarmodul für so einen lüfter für die wald und das habe ich mir gemacht so da ist oben so ein lüfter der nimmt diese gestaute hitze von oben und pustet in diese rohr diese rohr ungefähr 20 meter in die erde vergraben und da kommt der abgekühlte luft wieder raus und was haben wir jetzt also in die mitte haben wir 16,8 und was oben und unten seht ihr das jetzt angeblendet das heißt oben habe ich 23 unten habe ich 12 und in die mitte 17 grad also wenn ihr glück habe werde ich im sommer nicht so viel hitze hier drin haben und vielleicht geht es meine pflanzen in der fallgurken besser daumen drücken